Prima, machst du dich ein bisschen schick? Ja? Wir warten jetzt nur, dass 113 ihren Rundgang beendet. Wenn sie wieder aufs Nest geht und der Kapu ist runter, dann gehst du rüber. Mama und Papa kennenlernen. Ja, du kleiner Süßbär. Putz dich ruhig noch ein bisschen weiter, ne? Ja. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Kann aber nicht mehr so lange sein. Ja, die läuft schon eine ganze Weine rum. Doch, doch. Okay.